Hallo und herzlich willkommen hier bei TheBigGreek, eurem Kanal zur geflinkten Vermittlung von königlichem Wissen. Und falls ihr Teil dieser royalen Familie werden möchtet, reicht ein Klick auf den Abo-Button unter dem Video. Der Skandinavisch-Bluff. Worum handelt es sich dabei? Werden wir uns jetzt anschauen. Und zwar eine Variante in der skandinavischen Verteidigung. Ich habe diese Variante in den letzten Wochen immer wieder in den Streams gespielt. Viele von euch werden das wahrscheinlich gesehen haben. Und aus meinen Erfahrungen heraus kann ich sagen, dass das wirklich eine, insbesondere in Blitzen, eine sehr gefährliche Waffe ist. Und insbesondere auch auf Amateur-Niveau, wo die Leute die Theorie nicht so gut kennen. Gehen wir mal rein und ich zeige euch mal, worum es sich handelt. E4, D5, das ist die skandinavische Verteidigung. Im Profischach sieht man die skandinavische Verteidigung äußerst selten. Aber im Amateurbereich dafür relativ häufig. Der beste Zug ist hier E5, den Bauern zu schlagen. Einfach um keine Zeit zu verlieren. Schwarz greift ja den Bauern an. Schwarz attackiert den Bauern E4. Und das Beste ist, den Bauern zu schlagen, um keine Zeit zu verlieren. Man kann natürlich den Bauern auch decken. Oder vor... Ja, mit D3 oder Springer C3. Aber das ist harmlos. Springer C3 würde ich empfehlen, D4 zu spielen. Springer C2, E5. Und einfach ein schönes Zentrum mit Schwarz hier schon einzunehmen. Der Bauern auf D4 schon weit vorgeprescht. Und Schwarz hat schon viel Raum gewonnen in der Eröffnung. Das ist gut für Schwarz. Das muss man jetzt auch nicht weiter groß erörtern. E4, D5. Übrigens, ganz schlecht ist hier der Zug E5. Weil man dann... Naja, viele wissen das nicht. Man geht damit in eine schlechte Variante der französischen Verteidigung. Im Prinzip. Weil Schwarz spielt hier C5. Hat zwei wunderschöne Bauern. Im Zentrum schon. Und kann den Läufer... Ihn hier vor die Bauernkette entwickeln. Weiß nicht, wenn Weiß zum Beispiel sowas macht. Läufer L5, E6, Springer C6. Und dann steht der Läufer vor der Bauernkette. In der französischen Verteidigung dagegen steht der Läufer einmal hinter der Bauernkette. Das ist hier ein riesen Unterschied. Deswegen E5 ist schon ein fragwürdiger Zug hier. Gut, D3 muss man nicht groß... Man kann hier einfach schlagen, wenn man will. Und dann die Damen tauschen. Ist total harmlos. Warum sollte Weiß so spielen? Dann verliert er hier die rochale Möglichkeit. Klar, es ist hier nicht viel passiert. Aber das ist halt total harmlos. Davon muss man keine Angst haben. Gut, das kommt hin und wieder mal vor. Aber in den allermeisten Fällen kommt eh schlicht D5. So, und jetzt hier nehmen wir mit der Dame auf D5. Es gibt hier auch Springer F6. Aber Dame D5 ist unser Skandinavisch jetzt hier in diesem Video. In den allermeisten Fällen wird Weiß jetzt hier Springer C3 spielen und die Dame attackieren. Das ist super logisch. Das ist der Hauptzug. Und zwingt die schwarze Dame auf irgendein Feld. Kommen wir gleich zu. Hin und wieder spielt Weiß auch Springer F3. Gegen mich im Blitz, ehrlich gesagt, noch nicht einmal Springer F3. Das gibt es. Und dazu habe ich übrigens ein richtig geiles Video gemacht. Und zwar 18 Züge Damenopfer Magnus Carlsen Schachmatt. Das ist nämlich eine richtig geile Blitzpartie gewesen, die Magnus Carlsen mit Schwarz gespielt hat. Gegen den brasilianischen Großmeister. Ach, mir fällt der Name nicht mehr ein. Supi. Ich kenne nur noch den Nachnamen Supi. Und da könnt ihr ungefähr sehen, wie man nach Springer F3 spielen kann mit Schwarz. Gut, Springer C3, das ist der Hauptzug. So, hier gibt es verschiedene Züge. Dame A5 schauen wir uns jetzt an, in dieser Variante. Was noch gespielt wird, hin und wieder, ist Dame D6. Dazu habe ich auch ein Video gemacht. Und zwar, der Weltmeister brilliert Magnus Carlsen mit Weiß. Gegen einen eher unbekannten Großmeister. Ist das überhaupt ein Großmeister? Ich weiß es nicht. Aus einem, ich weiß es auch nicht mal, welches Land. Erste Runde Schnellschach-WM Moskau 2019. Da habe ich ein schönes Video gemacht. Könnt ihr euch auch gerne anschauen. Ein weiterer Zug, der hin und wieder gespielt wird, ist Dame D8. Das ist übrigens ein Tipp von mir. Wenn ihr keinen Bock habt auf Theorie, spielt einfach die Dame zurück und entwickelt einfach eure Figuren. Dazu gibt es ganz, ganz wenig Theorie. Man steht ein bisschen passiv dabei. Es ist nicht schlecht. Es sieht zwar total blöd aus, aber es ist nicht schlecht. Gut, Springer C3. Dame A5. Wir wollen ja aggressiv spielen. Wir wollen ja wirklich den Gegner unter Druck setzen. Das ist der Skandinavisch Bluff, den ich hier euch zeige. So, Dame A5. Der Hauptzug hier ist D4. Und das wird auch meistens gespielt. Ich muss sagen, auch in den meisten meiner Blitzpartien spielte Weiß D4. Das würde ich selbst mit Weiß auch spielen, wenn ich ehrlich bin. Ein kurzer Hinweis noch hier. Ich habe schon viel zu Skandinavisch gemacht, fällt mir gerade auf. B4. Eine listige Falle gegen Skandinavisch. Dazu habe ich auch ein Video gemacht. Ich vermute, viele von euch kennen das. Bevor wir weitermachen mit D4, kurzer Hinweis noch. Was passiert, wenn Weiß darauf verzichtet, den Bauern auf D4 aufzustellen? Zum Beispiel, wenn er D3 macht. Dann müssen wir uns ein bisschen unsere Pläne ändern. Denn die Variante, die ich euch gleich zeige, zielt darauf hinaus, den Bauern auf D4 als Zielscheibe zu nehmen. Als Zielscheibe zu nehmen, um ihn anzugreifen. Wir werden später sehen, was ich meine. Wenn aber Weiß sich so zurückhaltend aufbaut mit D3, gut, dann müssen wir unser Spiel ein bisschen verändern. Springer F6 ist hier logisch. Sagen wir mal Springer F3, Springer C6, Läufer E2, E5 ist eine ganz normale Variante hier. Einfach entwickeln. Vor allem, wenn Weiß sich so zurückhaltend aufbaut mit dem Läufer auch hinter der Bauernkette, dann kann er sowieso nicht auf Eröffnungsvorteil laufen. Das ist eigentlich, davon müssen wir uns nicht fürchten mit Schwarz. Gut, was gibt es hier noch? Man könnte mit Weiß auch zuerst Läufer C4 spielen, Springer F6 und jetzt D3. Das ist ein bisschen besser. Hier müssen wir auf jeden Fall aufpassen und unsere Pläne ändern. Hier können wir nicht einfach den selben Stiefeln, das Schema aufstülpen, was ich gerade gleich zeigen werde. Besser ist hier, die Pläne zu ändern und C6 zu spielen. Den klassischen Skandinavischzug, der den Rückzug der schwarzen Dame nach C7 ermöglicht. Und danach würde ich sagen, einfach die Figuren entwickeln, wenn man Läufer G4 spielen kann oder Läufer F5. So kann man machen. Aber auch E6, Läufer E7, Springer D7, Kurzhochrad ist eine sehr solide Stellung. Kann man spielen. Okay, Weiß verzichtet ja mit D3 auch so ein bisschen darauf, das Zentrum zu besetzen. Wird eher selten gespielt. Was wollte ich hier noch zeigen? Achso, wenn hier Springer F3 kommt, bei der Zugfolge. Wir müssen auch ein bisschen mit den Zugfolgen aufpassen. Hier können wir versuchen, unser Schema zu spielen, weil Weiß hat jetzt schon den Springer nach F3 gestellt. D3 und jetzt Läufer G4 hier. Das ist übrigens unser Schema, was wir spielen wollen. So und dann Langerochade. Hier können wir Langerochade aber nicht so gut machen. Idealerweise, wenn Weiß den Bauern auf D4 stellt, damit wir den Bauern D4 attackieren können. Hier zum Beispiel H3 ist gefährlich. Muss man aufpassen. Und es gibt ein wichtiges Motiv, wenn man den Läufer auf G4 stellt. Wenn der Läufer die Fesselung aufrechterhalten möchte mit Läufer H5, dann läuft das eigentlich, wenn Weiß ein guter Spieler ist, spielt er hier eine Art Tempo G4. Greift den Läufer an, der geht dann zurück und hier steht der Läufer nicht gut. Und in solchen Stellungen gibt der Computer dem Weiß einen großen Vorteil. Wir müssen aufpassen, dieses H3 G4 mit Raumgewinn für Weiß eigentlich, dem muss man eigentlich aus dem Weg gehen. Gut, ist nicht das Ende aller Tage, aber es gibt hier was Besseres nach H3. Und zwar hier speziell in dieser Stellung gibt es Dame H5 mit Fesselung des Bauern hier und mit Angriff auf den Springer. Auf solche Motive, also das ist ein Standardmotiv in der skandinavischen Verteidigung. So etwas kennt man als Schwarzspieler. Gut, kommen wir zum absoluten Hauptzug hier aber und das ist D4. So haben die Spieler gegen mich zum Beispiel im Blitzen die Läufer am häufigsten fortgesetzt. Ich gebe jetzt aber auch nochmal zu, ich habe das bisher auch nur gegen Amateure gespielt. In den Streams oder in Blitzpartien gegen Leute im Bereich so 1000 bis 1800, 1900, allerlei höchstens. Stimmt nicht ganz, ich habe auch gegen Stärkere mal gespielt, aber ich glaube dann variiere ich, dann spiele ich nicht mal ein Schema runter. Gut, D4. Es geht weiter mit Springer F6, wir entwickeln den Springer, Springer F3. Und jetzt kommt der wichtige Zug, der skandinavische Bluff, so nenne ich ihn mal, und zwar Springer C6. Er entwickelt den Springer. Objektiv ist das ein fragwürdiger Zug, sage ich euch gleich. Aber aus meiner Erfahrung muss ich sagen, in dem Ratingbereich, 1000 bis 1800 ungefähr, reagieren die Weißen fast immer nicht korrekt. Ich selbst habe auch immer wieder Probleme gehabt. Ich drehe das mal um. Wenn ich mit Weiß diese Stellung im Blitzen bekommen habe, in den letzten Jahren, habe ich mit Weiß fast nie richtig reagiert. Sehr häufig falsch und habe die Partien schon aus der Eröffnung heraus, bin ich in eine schlechte Stellung geraten. Und jetzt kommen wir halt zu der Krux. Die Züge, die Weiß finden muss, wenn er die Variante nicht kennt, sind im Blitzen eigentlich nicht zu finden. Das sind zu schwierig. Ich habe mir das irgendwann angeschaut mit Weiß und kenne jetzt die besten Züge, kenne auch die guten Züge, die Varianten, kenne die Variante inzwischen relativ auswendig und weiß, was man hier machen muss. Aber, ich sage nochmal im Amateurbereich, kennen die Leute keine großen Theorien. Die Leute kennen keine Theorien. Das heißt, die werden jetzt hier nicht die besten Züge auspacken. Gut, ich zeige euch jetzt mal die Variante, die gegen mich im Blitzen am häufigsten gespielt wurde. An dem Fall könnt ihr erkennen, welche Schema ich hier anstrebe mit Schwarz. Es geht hier weiter sehr häufig mit Läufer E2. Ein Standardentwicklungszug. Läufer E2. Der Zug ist aber harmlos. Hier geht es weiter mit Läufer G4. Gehen wir mal kurz zurück, Vorspringer C6. Eine kurze Sache noch. Ihr müsst aufpassen auf die Zugfolge. Besser Springer C6 zuerst, nicht Läufer G4. Letztendlich könnt ihr vielleicht das Gleiche bekommen, wenn Weiß jetzt Läufer E2 spielt. Springer C6 sind wir da, wo wir sein wollen. Aber, wenn wir zuerst Läufer G4 spielen, ist das Problem, dass Weiß H3 spielen kann. Hier geht der Läufer zurück. Das Beste ist eigentlich hier auf F3 zu nehmen, aber dann geben wir einfach das Läuferpaar ab. Die Dame kommt aktiv nach F3. Und attackiert hier den Bauern B7. Da können wir das Schema vergessen. H3, Läufer H5 und hier G4. Das habe ich euch gerade schon gezeigt. Läufer G6, Springer E5. Und hier steht Weiß einfach besser in solchen Stellungen. Das kann man vergessen. Diese Idee mit H4, H5 ist sehr nervig. Der Springer kann nach C4 die Dame angreifen. Der Computer zeigt hier wirklich schon einen relativ großen Vorteil für Weiß an. Deswegen, ganz wichtig, zuerst Springer C6, nicht zuerst Läufer G4. Gut, Läufer E2. Das wird gegen mich häufig gespielt in Blitzen. Oder wurde sehr häufig gespielt. Jetzt spielen wir Läufer G4. Jetzt ist es in Ordnung. Weil Weiß hat ja Läufer E2 gespielt. Hier, die kurze Ruhade. Das kommt sehr häufig vor. Sieht ja super natürlich aus. Der ganze Aufbau sieht super natürlich aus. Weiß macht nur natürliche Züge. Gut, die Frage müsste lauten, was passiert jetzt hier eigentlich nach H3? Hier, das Beste ist wahrscheinlich jetzt hier Läufer F3 zu spielen. Läufer schlicht F3, lange Ruhade, Läufer schlicht C6, B schlicht C6, Dame F3. Ja, die Stellung ist etwas besser für Weiß, weil er den C6 angreift. Aber sie ist einigermaßen spielbar. H3, Läufer H5. Hier, kurze Ruhade. G4, Läufer G6 ist jetzt ein bisschen anders, weil der Springer kann nicht nach E5. Weil der Springer hier steht, auf C6. Ich würde ihn schlagen. Deswegen ist das hier ein bisschen anders, als die Variante, die ich gerade gezeigt habe. Ohne den Springer auf C6 würde Springer E5 kommen und Weiß würde gut stehen. Hier hat Weiß auch einen leichten Vorteil, wenn er aber den richtigen Zug findet. Und der richtige Zug ist hier nur Läufer D2. Das ist aber schwierig. Weiß steht hier auch nur etwas besser. Ist nichts Besonderes. Stattdessen, wenn die kurze Ruhade kommt, dann kommt wieder die lange Ruhade. Und dann haben wir genau das, was wir haben wollen. Wir attackieren hier wieder den Bauern und drohen auch E5 hier. Gut, also. Zurück, Läufer G4. Kurze Ruhade. Das wurde gegen mich auch sehr häufig gespielt. Wie gesagt, nach H3 würde ich Läufer H5 zurückziehen. Und nach G4 Läufer G6. Ah, Moment. Ganz wichtig. Ich habe vergessen, hier Ruhade zu erwähnen. Genau, Ruhade. Das ist hier noch ein wichtiger Zug. Jetzt haben wir H3 und Läufer H5 eingeschoben. Lange Ruhade. Jetzt haben wir unser Schema hier. Machen Druck auf den D4-Bauern. Läufer E3 deckt den Bauern. Was sonst? Und jetzt kommt E5. Mit Angriff auf den Bauern hier. Multiple Male. Dreimal. Wir greifen auch noch den Springer hier an. Also es droht eine ganze Menge. Und hier gibt es nur einen Zug für Weiß, der das Gleichgewicht hält. Offensichtlich ist diese Fesselung eines der Grundmotive, warum wir diese Variante spielen. Der Bauer kann natürlich den Bauern nicht schlagen. Der beste Zug hier für Weiß ist, Springer schlicht E5, den Bauern so zu schlagen. So, und hier greift Weiß den Läufer auf H5 an, zweimal. Und deswegen geht das. Also wenn wir jetzt Springer schlicht E5 spielen, Weiß kann zwar den Springer nicht schlagen, aber er kann den Läufer schlagen. Dann hat er erstmal einen Bauern gewonnen. Und Weiß steht besser hier. Besser ist allerdings hier Läufer schlicht E2. Mit Angriff auf die weiße Dame. Dame schlicht E2. Springer schlicht E5. D schlicht E5. Dame schlicht E5. Und wir haben eine ausgeglichene Stellung ungefähr. Materiell ausgeglichen. Und das ist in Ordnung für Schwarz. Er bringt jetzt den Läufer ins Spiel danach und dann spielt man eine Partie Schach. So, warum habe ich euch diese Stellung gezeigt? Ganz einfach. Kommen wir gleich zur Hauptvariante. Zu meiner Hauptvariante. Nach Läufer G4. Häufig spielt Weiß H3 hier nicht. Spielt automatisch Ruchade. Sieht ja logisch aus. Und was machen wir jetzt mit Schwarz? Klar, lange Ruchade. Das ist eine Traumstellung. Und ich muss sagen, ich bin mit Weiß auch schon in diese, aus weißer Sicht, schlechte Stellung reingeraten. Ja, was machen wir jetzt hier? Der Bauer ist angegriffen auf D4. Ist tot. Läufer schlicht F3. Läufer F3. Springer schlicht D4. Diese Stellung habe ich in Blitzpartien schon super häufig gehabt. Also 70% meiner Stellung kommt immer das hier. Es ist unglaublich. Der beste Zug hier ist. Kommen wir gleich. Der beste Zug ist sehr schwierig zu finden. Ihr könnt euch ja mal überlegen, was hier für Weiß der beste Zug ist. Der ist in einer Blitzpartie kaum zu sehen. Man kommt nicht drauf. Sehr häufig wird hier Läufer E3 gespielt. Sieht ja natürlich aus. Jetzt kommt aber wieder E5. Wir greifen den Bauern an mehrmals. Und jetzt kommt die Pointe. Wenn Weiß mit dem Springer auf E5 schlägt, das habe ich auch schon in der Blitzpartie gehabt, dann gewinnt Schwarz einfach eine Figur. Springer schlicht D5. Der D-Bauer kann nicht auf E5 nehmen wegen der Fesselung. Und der Springer deckt aber den Läufer. Läufer schlicht G4. Springer schlicht G4. Was ist das denn? Springer schlicht G4 einfach. Das ist ein Unterschied zwischen der Stellung des Läufers auf G4 und des Läufers auf H5. Wir hatten ja gerade die gleiche Stellung im Prinzip, nur da hatten wir den Bauern auf H3 und den Läufer auf H5. Da konnte Weiß auf H5 schlagen. Aber ohne H3 gewinnt Schwarz einfach eine Figur. Wir sehen also, welche Folgen jeder Zug hat. Also wie wichtig auch die Zukunftstellungen sind und worauf man achten muss. Der beste Zug übrigens hier nach E5 laut Computer ist D5. D5, aber das ist jetzt hier nur noch das kleinste Übel. Weil hier gewinnt Schwarz einfach diesen Bauern mit Springer D5. Und ratet mal, ne, glaubst mir oder nicht, auch diese Stellung hatte ich auch schon in einer Blitzpartie. Genau diese Stellung. Greift den Läufer an, es droht Abzug. Und hier steht Schwarz einfach klar besser. Er hat einen Bauernmeer und es droht hier was. Eine ganze Menge. Ich meine, in meiner Blitzpartie damals ging es mit Springer schlicht E5 weiter. Und dort fand ich nicht den besten Zug. Hier gewinnt einfach Springer schlicht D3 mit Doppelangriff auf die Dame. Ich bin davon ausgegangen, dass Läufer schlicht G4 hier ein Problem ist. Aber hier kommt König... Hä? Warum ging das hier nicht? Achso, man muss hier... Hä? Ich hatte berechnet König B8, aber das geht nicht, wenn ich Springer schlicht C6 Schach und Dame schlicht D8. Wo war hier die Pointe? Springer schlicht G4, Dame schlicht G4. Ne, das war es auch nicht. Ich stehe auf dem Schlauch. Ach, Läufer schlicht E2 einfach, natürlich. Läufer schlicht E2 ist es. Das ist das Problem. Läufer schlicht E2. Springer schlicht C6. Läufer D1. Springer A5. Läufer C2. Ne, das hatte ich doch immer an der Blitzpartie. Stimmt. Und ich habe einfach einen Bauernmäher und habe die Partie dann gewonnen. So war das. Genau. Nach Springer schlicht D5. Springer schlicht E5. Gewinnt Läufer schlicht D2. Ne, ich habe das doch richtig gespielt. Läufer E2. Gut, ich bin jetzt ein bisschen... ...mit der Engine... Die sollte ich sowieso nicht so häufig anmachen, weil dann ruckelt wahrscheinlich wieder das Video. Nach Springer schlicht D5. Bleiben. Hier können wir stoppen. Schwarz hatten Bauernmäher steht super. Alles gut. Jetzt kommt aber der Wermutstropf. Über der ganzen Geschichte. Objektiv funktioniert das alles natürlich nur, wenn Weiß mitspielt. Erstaunlicherweise spielt Weiß sehr häufig mit, aus meiner Erfahrung. Aber ich komme nicht drum herum, euch jetzt die Widerlegung zu zeigen. Weil ich möchte euch ja nicht irgendwie eine objektiv eher fragwürdige Variante als weiß Gott was wie geile Variante verkaufen. Für eine geile Variante verkaufen. Gehen wir mal zurück hier zu dieser Stellung nach Springer C6. Hier gibt es viele Züge, die Weiß spielen kann übrigens. Dass in meinen Blitzpartien fast immer Läufer E2 gespielt wird. Keine Ahnung warum. Allerdings ist es nicht nur bei mir, sondern auch bei meiner Schüler. Ich glaube, das habe ich auch in meinen Streams immer wieder erwähnt. Dem habe ich diese Variante mitgegeben. Aber der ist so im Bereich 1300, 1400 so. Und bei dem kommen auch immer ständig Stellungen, wo Schwarz einfach riesig steht nach der Eröffnung. Ständig. Also das ist psychologisch irgendwie. Also psychologisch hat diese Variante wirklich einen guten Effekt auf den gegnerischen Spieler. Muss man sagen. Gut. Eine Variante ist Läufer B5 hier. Das ist sogar einer der Hauptzüge. Aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass dieser Zug geschieht. Weil der ist ein bisschen kompliziert. Also hierauf würde ich euch empfehlen Springer E4 zu spielen. Mit Angriff auf den Springer hier. Und das ist eine Stellung hier, die ist aus meiner Sicht schwierig zu spielen. Für beide Seiten. Deswegen, also mehr will ich euch auch gar nicht zeigen. Spiel Springer E4 und dann gucken wir mal, was passiert. Schachspiel. Läufer B5 hat doch noch nie einer gegen mich gespielt in Blitzen. So. Ein weiterer Zug ist hier Läufer C4 habe ich. Gut, das ist ein normaler Zug. Aber hier, ich glaube, das hatte ich schon gezeigt. Hier kommt einfach Läufer G4. Hier können wir Läufer G4 spielen. Mit der Idee Lange Ruchade. Und dann greifen wir wieder den D4 an. Ich habe übrigens gerade was vergessen. Ich habe gerade was vergessen. In der anderen Variante. Wo war das denn? Hier. In der Variante. Da habe ich euch Läufer E3 gezeigt. Und gefragt. Wisst ihr, was hier der beste Zug ist für Weiß? Den wollte ich noch zeigen. Der beste Zug hier ist Springer G5. Da kommt keiner drauf. So ein Gegenangriff auf den Bauern F7. Hier geht es weiter mit Turm schlicht D4. Dame E1. Läufer schlicht D2. Dame schlicht D2. Turm G8. Springer schlicht D7. Weiß bekommt seinen Bauern wieder. Und die Stellung ist ausgeglichen. Das wollte ich euch noch zeigen. Übrigens. Nicht grämen. Nicht glauben. Ich zeige euch hier massig Varianten. Ich habe natürlich eine Datei unter dem Video. Da klickt ihr drauf. Und da könnt ihr online alle Varianten nachspielen. Also ihr müsst euch nicht immer alles im Video merken. Ihr müsst auch keine Angst haben, dass ich euch alleine lasse. Nur mit dem Video. Ihr könnt natürlich die Varianten auch nochmal nachspielen. Gehen wir zurück zur Stellung nach Springer C6. Zwei Züge gibt es hier noch, die ich zeigen möchte. Läufer D2 und D5. D5 ist aus meiner Sicht wahrscheinlich ein richtig, richtig starker Zug. Greift den Springer. Nutzt aus, dass der da steht. Aber nach Springer B4. Das ist eine Stellung, die hatte ich mit Weiß immer wieder auf dem Brett. Im Blitzen. Weil ich wusste, irgendwo noch in meinem Hinterkopf war gespeichert. D5 ist ein starker Zug. Aber ich finde in den Blitzpartien dann nicht die stärksten Züge. Hier geht es weiter mit Läufer C4, weil der Bauer hing ja. So, wir kommen gleich zum stärksten Zug für Schwarz. Es gibt hier einen Bluff. Und es gibt hier einen objektiv besten Zug. Der Bluff lautet Läufer F5. Mit Angriff auf diesen Bauern hier C2 und dieser Gabel hier. Das droht hier. Was ist mit meiner Maus los? Das ist irgendwie kaputt. Egal, dieser Bluff, der ist sehr gefährlich. Was würdet ihr hier machen als Weißer? Der beste Zug ist hier kurze Ruchade. Aber da kommt man nicht in Blitzen drauf. Ich bin da auch, glaube ich, nie drauf gekommen. Einfach den C2 opfern. Wenn man jetzt auf C2 nimmt mit dem Springer und den Turm angreift, das ist ein Problem hier. Wegen Läufer B5 Schach. Und hier macht es nicht bemerkbar, dass Schwarz unterentwickelt ist. Schwarz muss jetzt das Schach blockieren. Mit Springer D7 ist der logische Zug. Aber hier ist Springer E5 bombenstark. Und nach Springer Schlichter 1, Schwarz gewinnt hier Material, kommt Dame F3 und hier steht Schwarz auf Verlust. Kann gar nichts mehr machen. Es droht Läufer Schlichter 7, Läufer Schlichter 7. Es droht Dame Schlichter 5 vor allen Dingen. Und auch sowas wie G4, den Läufer anzugreifen. Objektiv steht Schwarz hier auf Verlust. Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass ein Weißspieler in einer Blitzpartie diese Züge findet. Wenn er sie finden sollte, dann muss das ein extrem starker Spieler sein, der das schon mal analysiert hat. Oder er benutzt eine Engine. Sage ich ganz offen und ehrlich. Einfach so eine Kombination zu finden, extrem schwierig. Erstmal, man spielt hier nicht einfach hochhade, wenn der Bauer C2 angegriffen ist. Also das ist der Bluff. Der logische Zug hier ist hier Läufer B3, den Bauern zu decken. Aber hier haben wir genug Zeit mit Schwarz und spielen ganz wichtig, nicht lange hochhade, sondern Turm D8. Es gibt hier eine Feinheit zu beachten. Der König muss das Feld F7 decken. Weil ansonsten in manchen Varianten Springer E5 kommt und der F7 ist angegriffen. Und hier hat Schwarz ein super Spiel gegen den Bauern D5. Der beste Zug für Weiß hier ist Läufer D2. Muss man auch erstmal drauf kommen. Und jetzt sollte Schwarz aus dieser Diagonale gehen. Damit C5 und der Angriff auf den Bauern D5 gibt Schwarz hier. Gutes Spiel. Die Stellung ist ausgeglichen. Gehen wir zurück. Also nach D5. Springer B4. Läufer C4. Läufer F5. Das ist der Bluff. Objektiv der beste Zug aber ist hier E6. E6. Greift dem Bauern D5 ein weiteres Mal an. D schlicht E6. Läufer schlicht E6. Läufer schlicht E6. F schlicht E6. Kurze Hochradel. Gut. Hier steht Weiß etwas besser. Warum? Schwarz hat einen schwachen Bauern auf E6. Das ist jetzt aber nicht das Ende aller Tage. Die Dame kann nach E5 den Bauern decken. Läufer D6. Kurze Hochradel. Man kann auch argumentieren. Schwarz hat die halboffene F-Linie. Die Stellung ist jetzt nicht irgendwie super schlecht. Kann man spielen. Ja? Kann man spielen. Gut. D5. Ein gefährlicher Zug. Kommen wir jetzt zum aus meiner Sicht besten Zug. Und zwar Läufer D2. Das ist immer sehr unangenehm in diesen Strukturen. In dieser Stellung mit Springer C6. Wenn Weiß Läufer D2 spielt. Also wenn ihr mit Weiß diese Stellung bekommt gegen Springer C6. Ist Läufer D2 ein sehr starker Zug. Diese Gegenüberstellung zur Dame führt zu taktischen Möglichkeiten. Für Weiß, die sehr gefährlich sind. Hier gibt es wieder jetzt, ich sag mal, einen Bluff. Und einen objektiv besten Zug. Wobei ich den objektiv besten Zug nicht lange analysiert habe. Der objektiv beste Zug ist wahrscheinlich A6 hier. Das zeigt Stockfisch an. Und man muss irgendwie seinen Plan, sein Schema muss man verwerfen hier. Das geht hier nicht. Die Dame soll rüber nach H5. Läufer G4. Auf der anderen Seite spielen. Mit A6 decken wir das Feld B5. Damit dort keine Figuren auftauchen. Kann man spielen. So. Wenn wir aber partout unser Schema wieder spielen wollen. Mit Läufer G4. Dann gibt es aus meiner Sicht zwei Widerlegungen. Ich zeige euch jetzt mal der einfache Teil beim Video nur eine. Die andere habe ich aber noch in der Datei hinzugefügt. Wenn ihr die Varianten nachspielt. Unter dem Video könnt ihr das auch nachspielen. Hier ist D5. sehr, sehr stark. Und vermutlich steht Weiß hier objektiv schon auf Gewinn. Ja, warum ist D5 so stark? Ja, okay. Ich kann euch jetzt auch wieder verraten. Also, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand mit Weiß in einer Blitzpartie hier D5 spielt, ist nicht besonders hoch. Weil es ist ein Bauernopfer. Was passiert nach Sprenger schlicht D5? Wo ist die Pointe? Und das ist wirklich eine sehr, sehr schöne. Das ist wirklich eine wunderschöne Taktik. Und seitdem ich dieses Motiv kennengelernt habe hier. Seitdem weiß ich, wie man dagegen spielt. Das ist Springer B5. Aus. 1-0. Die Dame ist angegriffen. Die Dame muss nach B6. Ihr müsst aufpassen. Ihr könnt auch nicht nach A6. Wegen Springer schlicht C7. Abzugschach. Nach A6 kann die Dame nicht. Und hier macht sich bemerkbar, warum in einer skandinavischen Verteidigung geht ja die schwarze Dame sehr früh auf Ausflug. Und das ist eine gute Variante, bei der man sehen kann, dass das nachteilig auch sein kann. Und hier gewinnt Weiß mit C4. Greift den Springer an. Der muss weg. Und jetzt kommt der nächste starke Zug. C5. Alles Power-Züge. Greift die Dame an. Und Schwarz verliert hier Material. Schlicht die Dame den Bauern. Kommt Springer schlicht C7. Offensichtlich. Hier mit Doppelangriff. Minimum die Qualität. Was passiert hier eigentlich, wenn der König nach D8 geht? Verliert man, glaube ich, sogar die Damen. Kann das sein? Läufer B4 Schach. Oder täusche ich mich da? Ist die Dame weg, ne? Ja. Schach. Ja, die Mama ist weg. Wo kann die Dame noch hin? Dame A6. Aber hier hatten wir es schon. Springer schlicht C7, ne? Gabel. Hier ist die Dame auch weg. Also hier verliert Schwarz einfach alles. Direkt die Dame. Ist total verloren, die Stellung. Das heißt, dieses D5. Man kann den Bauer nicht schlagen auf D5, ne? Wie gesagt. Äußerst unwahrscheinlich, dass jemand das in einer Blitzpartie gegen euch spielt. Aber ich muss es euch zeigen. Etwas besser ist Springer E5. Und auch hier ist wieder Springer B5 ein sehr starker Zug. Springer E5, aus meiner Sicht ein guter Bluff hier. Springer B5, Dame B6. Läufer E3. Dame A5 Schach wieder. Und jetzt C3. Und das ist auch eine sehr unangenehme Stellung. Stockfisch sagt, Weiß steht auf Gewinn. Allerdings auch hier wieder eine schwierige Zugfolge. Es droht B4 einfach mit Damengewinn. Auch hier wieder eine sehr schwierige Zugfolge. Ist die Frage, ob man das überhaupt sieht als Weißer. Also wenn man das nicht kennt, zufällig. Das am Brett alles zu sehen. Ist aus meiner Sicht im Amateurbereich, in einer Blitzpartie, eigentlich unmöglich. Okay, das war aus meiner Sicht eine der Widerlegungen gegen Springer C6. Dieses skandinavischen Bluff nach 5. Springer C6. Der aber aus meiner Erfahrung extrem gefährlich ist in Blitzpartien, im Amateurbereich und im Anfängerbereich. Also ich würde euch echt empfehlen, guckt euch mal meine Varianten nochmal an. Ihr habt das Video jetzt angeschaut. Guckt euch nochmal die Varianten an unter dem Video. In dem Link, den ich gepostet habe. Versucht auch die Varianten einigermaßen zu merken. Und spielt das ruhig. Und schaut mal, was passiert. Ihr habt auf jeden Fall einen Wissensvorsprung durch dieses Video, durch mich. Weil ich euch Varianten präsentiere. Also ich muss sagen, die Widerlegungen gehen schon so ein bisschen in den sehr fortgeschrittenen Bereich hinein. Die kennt keiner. Also glaub mir, im Amateurbereich kennt die keiner. Und wenn ihr gegen Leute spielt, die außerhalb meines Teams sind und dieses Video gar nicht gesehen haben. Gegen die werdet ihr wirklich sehr gut scoren. Da bin ich mir hundertprozentig von überzeugt. Also würde mich sehr interessieren. Spielt das mal ruhig. Postet einen Kommentar. Was habt ihr für Erfahrungen damit? Ich bin wirklich sehr gespannt, wenn andere Leute das auch noch spielen aus meinem Team. Aus dem Big Greek Aficionados. Aus meinem Leachers Team. Wie die damit scoren werden. Da bin ich echt gespannt. Also dann schreibt mal einen Kommentar da rein. Oder meldet euch im Stream. Nein, im Chat. Und schreibt mal, hey, Skandinavisch hier. Dein Skandinavisch Bluff, der geht richtig gut ab. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich hoffe, dass wir uns hier bald wiedersehen. Mit vielen guten Neuigkeiten über den Skandinavisch Bluff. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank.